Oh mein Gott, schon als Kind wollte ich immer mal in so einer Dusche duschen und jetzt haben wir einfach eine in unserem Hotelzimmer. Und ihr müsst unbedingt alle Funktionen von der sehen. Nachdem ihr nämlich, bevor ihr duschen wollt, einfach mal hier Musik anmachen könnt, die aus einem Lautsprecher in eurer Dusche kommt und ihr euer Handy anstecken könnt. Hier ist einfach ein Seifenhalter und ihr könnt sitzen. Der krasse Part kommt aber jetzt. Neben einer normalen Dusche könnt ihr Wasser so schräg auf euch kommen lassen. Außerdem seitlich. Ja, diese Teile massieren ein. Dann einfach auch noch von schräg oben. Und zu guter Letzt gibt's sogar noch was für die Füße, was aber ein bisschen gefällt ist. Kommentiert mal, würdet ihr hier gerne duschen?